Liebe Zuschauer, wir sind von Osternachten e.V. auf. Wir wollen Ostern und Weihnachten zusammenlegen, weil die Krise so stark ist und alle sparen müssen. Ja, und da sind wir jetzt auf dem Potsdamer Platz und verkaufen unsere Weihnachtseier. Und wer fängt an? Weihnachtshase los! Wir sind von Osternachten und wir wollen Ostern und Weihnachten zusammenlegen, weil das günstiger für alle wird. Und ich verkaufe meine Eier, eins mit 20 Cent. Wollt ihr vielleicht ein Ei kaufen? Ist für einen guten Zweck, das geht alles in meine Tasche. Das sind die einzigen Ostereier in Berlin gerade. Ernsthaft? Eins? Bitteschön. Viel Spaß am Weihnachtsmarkt. Und Ostern und Weihnachten soll jetzt zusammengelegt werden wegen der Krise, der Feiertage und so weiter. Geht direkt in meine Tasche. Da kriegst du direkt Zweiter für. Vielen lieben Dank! Viel Spaß noch! Aber Zeit ist... Nein, 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 nein. Ist... Nein! Aber natürlich, schon! Komm hier! Schnell! Du willst ein Eier kaufen? Nein, ich muss es dir sagen. Danke viel. Viel Spaß. Willst du sie essen? Ja, kannst du sie essen. Ja, wir haben sie geschenkt. Wir legen Ostern und Weihnachten zusammen für einen guten Zweck. Also vier... Komm, wir sperren dich mal wieder ein in dein... in dein Stellchen. Aber wieso? Diese Fotosession hat viel zu lang gedauert. Och Scheiße. Das wird aber echt gut gemacht. Schwer vorgelegt, ey. Uiuiui! 1,50 Euro, 1,70 Euro, 1,90 Euro, 2,30 Euro! 2 Euro dran! Okay, das war ein Klatschen für dich selber. 2,30 Euro! Und jetzt bist du dran! Auf den Hasen! Fertig! Los! Hallo, ich bin der Weihnachtshase! Hallo! Ich verkaufe... Hallo! Ich verkaufe Weihnachtseier! Für 20 Cent. Es ist für eine gute Sache. For 20 Cent! 20 Cent. Ich liebe die grünen. Danke! Bye, have fun! Hallo! Ich bin der Weihnachtshase. Und ich verkaufe Weihnachtseier. Für 20 Cent. 20 Cent. Das ist für eine gute Sache. Das ist wirklich für eine gute Sache. Vielleicht 50? Wir nehmen jede Spende gern. Grün oder rot? Hartgekopfes Ei! Danke! Hallo! Ich bin der Weihnachtshase wegen der Krise. Wir müssen alle sparen und deswegen verkaufen wir zu Weihnachten Ostereier. Sie für 20 Cent? Ja, du findest es lustig, ne? Ja, das war eine gute Sache. Danke! Du kannst ein Ei von mir kaufen, was du willst. Entschuldigung, dass du dich gestört hast. Das ist unglaublich. Kommst du mal nach Hause? Das ist unglaublich. Was soll das denn? Ich dachte, ich arbeite auch mal zu Weihnachten. Immer dasselbe hier mit dir. Immer das Gleiche. Immer mit den Leuten hier. Das ist unglaublich. Das ist die Hälfte. Er hat Haus hoch gewonnen. Untertitelung. BR 2018